Sandra, I love you. Es war toll, dass du hier in Nürnberg an der Rudolf-Steiner-Schule warst. This one is for you, Sandra, let's go. Einfach geile Schule. Top-Woldorf-Schule. Schreckliche Nachbarn, Schulwegepflege, mangelhaft. Nee, Digga, einfach nee. Ich will hier kein Loch aufmachen, deshalb erspare ich mir einen ausführlichen Kommentar. Ist sehr gut, Vorurteile stimmen gar nicht. Wie kann man Schülern einen Verweis geben, weil sie zu Fridays for Future Demonstration gehen, und man sich politisch nicht auf eine Seite stellen möchte, und im selben Frühjahr Söder zum Jubiläum einladen, der BE seiner Rede Propaganda gegen die FFF-Bewegung macht? Angenehmes Personal, freundliche Bedienung und ausgezeichnete Schlafmöglichkeiten 5 von 5 Sternen. Es ist ein guter Komplex von der Krippe bis zur Ausbildung, und zum Abitur ist alles unter einem Dach möglich. Alle geben sich große Mühe, und die Erzieherinnen sind alle miteinander Gold wert. Diese Schule erfüllt nicht ihren Bildungsauftrag, und das mit einem Schuljahr mehr. Sparen Sie sich das viele Geld für eine vernünftige Ausbildung Ihrer Kinder, es sei denn sie lieben mittelalterliche Methoden im Jahre 2022. Bis ganz bald Sandra, kommt zurück nach Nernberg.